rotes Volk gut also wie gesehen wir haben letztes Mal viel ausgebaut mit unserer Ausbeute 4 Helden sind gegangen 4 Helden sind auch wieder gekommen auch wenn es klappt diesmal Paris ist nun Bestaktorin Stufe 2 eine Abenteuerin auf gut Deutsch einer hat sich die Tollwut heilen lassen aber ja genau das war das Problem wir haben ihn noch immer sehr krank aber diesmal werden wir jemand anderen zu schicken einmal heilen schicken so wir werden ganz obligatorisch wieder einmal die die gerade es war nicht so viel diesmal sehr viele Neuigkeiten sehr viele Neuerungen im Dorfinventar so jetzt haben wir es auch hier ein bisschen verbessert jetzt geht es verbessern in die zweite Runde das heißt Helden werden wir jetzt für nicht neu holen aber wir werden anfangen in der Taverne zu verbessern aber die geht gerade nicht aber wir können noch immer Helden verbessern das können wir auf jeden Fall machen so zwei neue Helden also zwei neue Verbesserungen auf unserem Helden und einmal bringen wir noch auf für die Aufnahme ich glaube das müsste sich noch ausgehen nochmal ins Labyrinth zu gehen und nochmal dich lasse ich weg weil sonst wir es uns zu stark Stufe 2 Charaktere sollten wir vielleicht wir werden gleichmäßig versuchen zu leveln dich nehme ich mit weil du bist auf jeden Fall nützlich und unseren Hunderflüsterer in Marmit Kepäck so wir brechen auf vorhin noch ganz kurz gucken ja das könnte unser letztes Dungeon für unsere Gesamtaufnahme werden und wir brechen auf down here in the dark so wie machen wir das am besten rauf rüber rüber runter runter ich glaube das ist die beste Route die mal so machen können so 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 einmal einmal auf 13 einmal hochhellen so einmal nix durchgehen so 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 weiter heilen so hochhellen einmal so 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 auch hier sind es wieder 100% der Raumkämpfe zu erledigen heute ist es wieder 100% der Raumkämpfe zu erledigen heute habe ich es mit dieser Quest 3% der Raumkämpfe zu erledigen 3% der Raumkämpfe zu erledigen so 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 und weiter man 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 heute ist das dungeon so 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 ein Überraschungsangriff so einmal leb nicht mal recht überraschungsangriff einmal ganz auf ford mit ihm Oh Gott, oh Gott. Nein, er ist gleich nochmal krank. Das ist... Boah. So. Einmal komplett nach vorne, letztes verschieben, dann sollte auch alles gehen. Na, vergnügt habe ich mich auch. Zu viele haben Angst, zu viele werden krank. Da schon wieder. Das geht mir jetzt schon auf die Nuss. Zu viele Leute werden mir krank. So. Au, das tut doch noch weh. So, einer weg. Ah, sehr schön hochgeheilt. Zwar nicht viel, aber sehr schön. So. Aua, das tut weh. Der Hundemeister, ja, ist auch gerade wieder krank geworden. Äh, ja. Wir machen das jetzt einfach so. Ja. So. So. Gut. Runter, runter geht's. In den nächsten Raum. Hm. So. So. Bisschen Detekt hier. So. 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 Seher schön. Neuer Kampf, neues Glück. So. so oh 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 Und wieder So Mas Ex-Plus Einer blinkt schon, wieder So, einer hat vier Und wieder einer weg Und wieder einer weg So Tja Zehn Heilen Weg Einstecken Alles einstecken, was man kriegen kann Darkest Dungeon Regel Nummer 1 Wir nehmen alles mit, was wir kriegen So Wir können alles wegnehmen Letzter Raum Letzter Raum Letzter Raum Mit den letzten Kämpfen Letzter Raum So Ein bisschen Gift Aber das macht ja nichts, das ist ein bisschen Gift Können wir ja heilen noch, da haben wir ja noch was dagegen Kommt von Ratio Farm Gute Monster Gute Besserung So Einer weniger So So Der ist weg Gut So Für den Hunden ein bisschen Schmeckes Damit er wieder stärker wird Damit er wieder stärker wird So So Alles erledigt So So Kurz noch das Abend Erfortsetzen Damit wir Okay Das war schwer Das war aber egal In der Hinsicht Weil wir haben es geschafft Wir sind durch So So Mein lieben Freunde Wir brechen heute mal früher ab Der Aufnahme Drei Dungeons Für die gesamte Aufnahme Rechten Glaube ich Heute mal Ja Wir haben Wir waren jetzt nicht so ruhmreich Heute Wir haben sehr viele Kranke Und in den nächsten Parts Möchten Müssen wir schauen Dass wir mal alles hoch Hochleveln Wie Krankenstation Etc Dass wir auch Unsere Kranken Gut versorgen können Im Gegensatz So Ich verbleibe ich mal Das war euer Gaming Dragon Mit dem heißen Feuer Für diesen Part Hallo meine lieben Freunde Das war's Von meinem Darkest Dungeon Let's Play Ich hoffe es hat euch wieder mal ein Gespräch gemacht Und ihr bleibt mir gewogen Unten in der Videobeschreibung Da unten hinten wo Der Link zum Lieben Lungen Mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play Und auch der Link Zu all meinen Lungen Let's Plays Ich verbleibe er Als euer Gaming Dragon Mit dem heißen Feuerio Für diesen Part Das war ich wieder mal ein Ge single Von meinem Lungen Let's Play